Der Coronavirus, das steht euch in Deutschland noch bevor. Das weiß ich aus meiner Erfahrung hier in Asien, in Singapur. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin der Julian. Bei mir am Kanal geht es um die ganze Welt von Business, Mindset, Lifestyle. Einerseits eigene Erfahrungen, andererseits Sachen, die ich selbst gelernt habe und natürlich dann immer wieder aktuelle Themen. Themen, wie man hier als Unternehmer rangeht, wie man auf dem Mindset rangeht, gewonnen und verloren, wird zwischen den Ohren. Und heute möchte ich eben über ein sehr rezentes Thema sprechen. Ein Thema, das glaube ich im ganzen Dachraum tagtäglich, nicht nur in den Nachrichten ist, sondern praktisch überall ein bisschen besprochen wird. Es geht um den Coronavirus, es geht um die ganzen Ausbrüche und was das Ganze bedeutet. Falls du das erste Mal bei mir ein Video auf den Kanalen schaust, dann lass mir doch ein Like da, beziehungsweise klick auch den Abo-Button. Das ist extrem wichtig, weil du so für neue Videos up-to-date bist und nichts verpasst. Und wir haben hier extrem spannende Themen, wie gesagt, Business, Business-Ansichten, Start-Up-Strategien, viele Mindset-Geschichten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, hoffentlich für deinen Erfolg im Leben. Auch wenn ich medizinischer Doktor bin, so maße ich mir überhaupt nicht an, dass ich irgendwie ein Experte in Infektiologie bin oder mich jetzt mit dem Coronavirus nochmal besser auskennen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte hier eher über das erste Monat in Singapur sprechen und irgendwie so ein bisschen vielleicht Vergleiche ziehen. Wie könnte jetzt so dieses erste Monat in der ganzen DACH-Region ausschauen, nachdem ja so in der letzten Woche die Coronavirus-Infektionen ziemlich noch umgeschossen sind und gerade Deutschland, auch Österreich, die Schweiz, Südtirol hat natürlich hier ein extremes Thema. Ganz am Anfang, und das ist ganz normal, ist es praktisch der totale Schock. Man hat, glaube ich, diese ganzen Hamsterkäufe, und das hast du vielleicht auch bei dir in der Region oder bei dir im Umfeld auch ein bisschen gemerkt, dass plötzlich ganz, ganz, ganz viele Leute hergegangen sind und, keine Ahnung, die Läden leer gekauft haben. Es gab kein Klopapier mehr, es gab plötzlich keine Konservendosen mehr, es gab kein Waschmittel mehr, es gab kein Desinfektionsmittel mehr und genau das Gleiche war bei uns in Singapur auch. Der Ding ist, meistens dauert es so zwei, drei Tage an und dann kühlt das Ganze ab, dann wird es alles wieder ein bisschen normaler. Was nicht weggeht, ist dieses ganze Gesprächsthema. Rund um den Covid-19-Virus. Das heißt, man sagt dann, hey, hast du gehört und hier und dort und es gibt leider jetzt den ersten Todesfall hier und meine Güte und dort und dann treffen sich die Minister und dann treffen sich die ganzen Abgeordneten und dann, und das ist natürlich ein extrem, ja, nervenaufreibendes Thema. Das ist natürlich schön für Tratsch und Klatsch. Die Zeitungen, die lieben sowas. Und das darf man natürlich hier nicht vergessen. Ehrlicherweise, dieses ganze Thema ist für Zeitungen natürlich ein gefundenes Fressen. Weil, und das ist auch wichtig, wenn man natürlich diese Statistiken ein bisschen in Relation bringt zu anderen Infektionskrankheiten, zur Grippe und so weiter, dann ist das alles ein bisschen überschaubarer, auch mit den ganzen Todesraten. Natürlich sind die deutlich höher als bei der Grippe, aber ehrlicherweise ist es ziemlich ähnlich, wenn es dann darum geht, wie viele Leute am Ende des Sterben. Es ist halt einfach viel aufregender, über das Ganze zu sprechen hier und das darf man hier nicht vergessen, wenn man es auch ein bisschen so in Anbetracht zieht. Du kannst mich auch gerne einfach mal in den Kommentaren das wissen lassen. Wie denkst denn du, ist das Ganze, glaubst du, das von der Presse teilweise ein bisschen überspitzt oder ist es gerechtfertigt, hier auch so ein bisschen Drama zu machen? Finde ich immer sehr spannend und das muss man sich auch hier auf jeden Fall anschauen. In der nächsten Welle kommt dann so ein bisschen erstens mal das tägliche Up-to-Date sein. Das heißt, die Presse geht dann immer her, berichtet über Neuinfektionen, wie viele Leute sind denn leider gestorben, wie hängen denn die ganzen zusammen und man hört dann immer wieder von neuen Clustern, man hört dann wieder von neuen Infektionsorten und dann geht es natürlich weiter, es kommen irgendwelche Blacklists und das ist so meistens diese zweite News-Welle, die dann irgendwie reinkommt. Und das war bei uns in Singapur auch. Wie gesagt, bei uns in Singapur hat das Ganze so in der dritten Januarwoche angefangen, rund um Chinese New Year, das heißt, das ist jetzt fast sechs, sieben Wochen her und das war praktisch diese erste Woche. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann da gesessen bin und mir gedacht habe, was müssen wir jetzt machen? Man macht so die ersten Notfallpläne, keine Ahnung, Privatjet, wohin müsste man denn den machen? Wo geht denn der Punker hin? Und welche Hamsterkäufe bräuchte man denn selbst? Am Ende des Tages kommt man dann relativ schnell drauf und das ist dann meistens schon die zweite Woche, dass sich das doch einigermaßen normalisiert. Es werden dann überall Fieberthermometer gemessen, es wird dann überall darauf geachtet, dass man besser desinfiziert. Meistens ist es gerade in öffentlichen Einrichtungen, in größeren Gebäuden, gibt es dann meistens Kontrollen und dann wird einfach darauf geschaut, dass zum Beispiel auch die Menschen, keine Ahnung, nicht immer Bussi links, Bussi rechts, Umarmungen zum Beispiel geben, sondern vielleicht eher bis Abstand halten, nicht irgendwie sich direkt jetzt berühren, vielleicht nicht direkt Hände schütteln, Events werden abgesagt. Aber am Ende des Tages fängt es dann an, sich einfach so ein bisschen von diesem kompletten Chaos, das halt in dieser ersten Woche da ist, so ein bisschen in dieses tägliche Wahnsinn hineinzuarbeiten. Es ist praktisch immer um einen rum herum, aber am Ende, man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Und das ist auch so die Phase, wo das dann alles ein bisschen normalisiert. Das heißt, gerade in dieser ersten Woche, das haben wir dann ja in den Aktienmärkten erlebt, das erlebt man dann bei ganz vielen Unternehmen, ist einfach mal Chaos. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. In dieser zweiten Woche fängt es halt an, sich so ein bisschen zu normalisieren. Und dann kommt diese dritte Woche. Und in der dritten Woche, und das ist ganz, ganz, ganz klassisch gewesen, auch bei uns in Singapur, waren dann plötzlich diese ganzen Maßnahmen da. Und dann hat man halt einfach gemerkt, wir innerhalb von drei Wochen, und das ist ja so auch so die Generationszeit, wenn man das so will. Also wie lange braucht dieser Virus, um von einer Generation zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten kommen. Und in dieser dritten Woche hast du praktisch so diese nächste Generation. Und da hast du dann zwar meistens so einen Upspike an Neuinfektionen, weil einfach so die nächste Generation da ist, aber du merkst, wie plötzlich die Bevölkerung viel rationaler an das Ganze rangeht. Man passt einfach deutlich besser auf, man ist ein bisschen besser gewohnt, gibt halt Sachen, die macht man dann nicht mehr, und Sachen, auf die achtet man halt viel mehr. Und am Ende normalisiert sich das Leben, und man passt sich wieder an das an. Das ist wie bei allem. Das ist wie so dieser tägliche Terror, wenn man irgendwie Angst vor irgendwelchen Angriffen hat. Und genau das Gleiche passiert dann hier auch. Dann kommt diese vierte Woche, und in der vierten Woche kommt dann praktisch dieser tägliche Wahnsinn immer mehr zum Alltag. Und das ist, glaube ich, dann das, wo man dann einfach dann, keine Ahnung, vor sich hinlebt, man akzeptiert das einfach, und die Menschen sind hier extrem schnell und extrem anpassungsfähig. Und das hat man auch einfach bei uns in Singapur gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist selten so schlimm, wie es sich am Anfang anfühlt. Es ist auch selten so toll, wie sich irgendwas anderes anfühlt. Aber das ist von dem her ganz wichtig, und deshalb will ich jetzt das Video auch machen, dass ganz viele Menschen hier in Panik geraten. Viele Investoren überreagieren ins Negative. Firmen überreagieren ins Negative. Die Entscheidung, und das ist das ganz Wichtige von erfolgreichen Leuten, von erfolgreichen Firmen ist, sich richtig vorzubereiten. Sozusagen die Situation nicht schlechter, nicht besser zu sehen, als sie ist, sondern genau so, wie sie ist, mit dem Optimismus die Situation besser zu machen. Und das ist ja das Essentielle aus dem Ganzen. Und richtig gute Individuen, richtig gute Firmen schaffen genau das. Das heißt, man bereitet sich einfach darauf vor, man wird nicht panisch, sondern man geht rational in die Sachen her. Was heißt denn das eigentlich? Was sind die Todesrate wirklich? Wem betrifft das überhaupt? Wo könnte denn das überhaupt passieren? Und dann wird man rational. Dann fängt man an, gute Entscheidungen in dem Ganzen zu treffen. Dann geht man halt das Unternehmen zum Beispiel her und verlagert Meetings anstatt von in Person, irgendwie, dass man sie dann remote oder über Videokonferenz macht oder dass man nicht essentielle Meetings einfach absagt und sagt, okay, das könnte ich auch nächstes Monat machen. Und was dann ganz normal passiert ist, wenn man sich dann wirklich auf die wichtigen Dinge fokussiert, und das ist, glaube ich, essentiell, weil oft dann passiert es, dass man abgelenkt ist, dass man sich auf die falschen Dinge drauf achtet und dann wird einfach Chaos und dann geht der Fokus einfach weg. Wenn man das richtig macht, dann hat man zwar vielleicht am Anfang so dieses Produktivitätstief, aber dann passiert etwas ganz Spannendes. Plötzlich ist dieser extreme Fokus da und es ist irgendwie so ein neues Arbeitsumfeld, es sind neue Möglichkeiten und viele der Konkurrenten machen das auch falsch. Viele der Konkurrenten brechen hier einfach weg. Die nützen diese Sache nicht. Die werden hier emotional überreagieren in eine Richtung und da kann man halt extrem durchbrechen. Und das habe ich extrem zum Beispiel bei uns gemerkt. Ich habe das zum Beispiel bei uns bei Cake in Singapur gemerkt, wie wir einfach extrem gut remote, wie wir extrem gut hier die regionalen Umstände genutzt haben. Ich merke das ja bei vielen, vielen Konkurrenten, bei vielen, vielen anderen Firmen, wie die einfach teilweise komplett mit der Energie auseinanderbrechen. Und bei uns, wir haben voll nach vorne geschoben, alles zusammengetan und das, glaube ich, ganz, ganz gewichtig, hat uns auch extrem geholfen als Team und als Firma. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche, was im deutschsprachigen Raum auch passieren wird. Wirst du merken, schau dir das Video vielleicht einfach auch mal wieder in zwei Wochen, in vier Wochen an und du wirst diese Phasen sehen von diesem totalen Chaos in der ersten Woche, das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu Ende gehen wird. Dann in so diesem täglichen Wahnsinn in der zweiten Woche, wo aber auch immer noch ein bisschen irgendwie all der Fokus auf das ist. In der dritten Woche fängt es dann so ein bisschen an abzuappen und in der vierten Woche ist es dann irgendwie so der regelmäßige Alltag. Und dann hast du einfach die einen, die das zum regelmäßigen Alltag gemacht haben, über den Coronavirus zu reden, sich Angst einzureden, Angst zu haben, Sorgen zu machen. Dann, und zu der Gruppe gehörst hoffentlich du, die ihm hergehen und hier den Fokus geändert haben, die hier wirklich auf die Dinge achten, die sie kontrollieren können, sich korrekt vorbereitet haben und einfach ein paar richtige Dinge gemacht haben. Und dazu gehörst hoffentlich du auch in der Gruppe. Falls du mehr zu dem Ganzen haben willst, beziehungsweise wenn du so dieses Erfolgsrezept brauchst, wie kriegst du den Fokus in eine Richtung, wie kannst du diese Schritte für dich strukturiert umsetzen, ich mache am Samstag um 10 Uhr Vormittag ein mega cooles Webinar, nämlich mit Rezept zum Erfolg. Das Ganze ist kostenlos, ich würde mich total freuen, wenn du mit dabei bist. Ich verlinke dir das unten auch mal rein und dann hoffentlich sehen wir uns am Samstag. Falls du mir einen Daumen hoch auf das Video gibst, wenn dir das Ganze gefällt, wenn du das Ganze teilst und wie gesagt, wenn du das erste Mal bei mir im Kanal bist, ja nicht vergessen zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Julian. Vielen Dank. Vielen Dank.